Um am iPad zu konstruieren, braucht man nicht zwingend ein Geodreieck. Diese Funktion fehlt aber, wenn man den Schülern am Beamerbild zeigen will, wie man das Geodreieck benutzt, um zum Beispiel Winkel zu messen. Ein einfacher Trick ermöglicht dir, diese Funktion zu nutzen, auch wenn es nicht fest als Werkzeug in einer App vorhanden ist. Suche dazu im Internet das Bild eines Geodreiecks im PNG-Format. Das Kachelformat im Hintergrund zeigt dir an, dass bestimmte Stellen im Bild transparent sind. Speichere das Bild in Fotos oder ziehe es per Drag & Drop in die gewünschte Anwendung. Dieser Trick funktioniert in jeder App, in der du Bilder einfügen kannst.